Im grünen Rasen zumindest nichts zu spüren. Der deutsche Amateurmeister Mainz 05, ganz in Rot, begann recht selbstbewusst, ohne viel Respekt vor dem Bundesliga 16. Mit der neuen, hier nicht eben sehr gefährlich, der Ex-Frankfurter Norbert Otto. Schalke gegenüber dem Bremer 0-4-Debakel leicht verändert. Jansson saß auf der Bank für ihn, spielte Stichler. Die Schalker zunächst abwartend, doch dann mit zwei, drei schnellen Kombinationen durchaus gefährlich. Biccia war das. Nach einer guten Viertelstunde dann etwas mehr Druck bei den Schalkern. Und Abel, der nur die Latte trifft in der Folge, Biccia. Und dann eine Szene, auf die sie genau achten sollten. Torhüter Petz, hier spielte seinen Libero Orff an. Das blieb Schiedsrichter Lahnstein allerdings verborgen. Der unparteiische Entschied nach der neuen Torwartregel auf indirekten Freistoß. Sechs Meter vor der Torlinie. Verärgerung natürlich, denn diese Szene, wir haben sie noch einmal in Zeitlupe herausgeholt, die blieb ihm verborgen. Eigentlich also ein Regelverstoß. Während die 8000 Zuschauer noch mit Pfiffen und Buhrufen beschäftigt waren, nutzten die Profis aus Westdeutschland eiskalt ihre scharfen Schipper, der zwar zwei Versuche benötigt, doch dann ist das 1 zu 0 perfekt. Ein unglücklicher Rückstand, ganz gewiss. Und der wirkte sich auf die Mainzer Amateure durchaus lähmend aus. Fehler hier von Scherhag, dem Amateur-Nationalspieler. Biccia kann den Ball nach innen bringen, das ganze drei Minuten nach der Führung. Und Klute Simon zum 2 zu 0, 23. Minute. Also es schien bereits alles gelaufen. Schalke jetzt mit den größeren Spielanteilen. Da lief jetzt alles über die Flügel. Da wurde der Raum genutzt. Einzig, ein Tor wurde nicht mehr erzielt. Und das trotz guter Möglichkeiten, wie hier mit der Nummer 10 Klute Simon. Und auch in der Folgezeit versäumten die Knappen, das Ergebnis noch zu verbessern. Der rührigste übrigens wieder, Tüffitschi mit der Elf hier gegen Wokker. Und auch er trifft nur die Latte. Mit steigenden Lässigkeiten bekamen die Amateure dann wieder Mut. Ein Wurf hier. Mit der Elf, das ist Mähn. Sein Bewacher Geier hatte ihn zunächst gut im Griff. Und Otto mit einer Möglichkeit vor der Pause. Es blieb allerdings beim 2 zu 0. Und viel Verärgerung über das Schiedsrichtergespann. Auf mehr Biss hofften die Mainzer Fans dann bei ihrer Mannschaft. Und sie wurden nicht enttäuscht nach dem Wiederanpfiff. Druckvolle Mainzer Aktionen. Und Wagner, der Amateur-Nationalspieler, eine gute Möglichkeit für Bock. Aber Niek Buhr ist auf der Hut. Die 60. Spielminute. Scherhack, der Mann mit der Nummer 10. Auf ihn wurde zu wenig geachtet. Ein fulminanter Schuss. Und im Nachsetzen ist es mit der neuen Otto, der den Anschlusstreffer erzielt. 60. Minute. Da keimte wieder Hoffnung auf bei den Mainzern. Vielleicht würde hier doch die Überraschung gelingen. Denn jetzt hatten sie wieder Mut. Charlie Mayen, der Mann mit der Elf. Erstaunlich, was diese Mainzer Mannschaft, die doch in der letzten Spielzeit außerordentlich belastet war, über 60 Spiele absolvieren musste. Im Pokal, in der Amateurmeisterschaft und in der Oberliga. Was diese Mannschaft doch noch für Kräfte frei zu machen in der Lage war. Von einem Klassenunterschied von zwei Klassen konnte überhaupt nicht die Rede sein. Mainz, der hier gestoppt wird, unsauber gestoppt. Es gibt die gelbe Karte für Schipper. Schiedsrichter Huster nicht immer, wie ich meine, auf der Höhe des Geschehens und mit seinen Entscheidungen ganz hundertprozentig richtigliegend. Freistoß Wagner und die Knappenabwehr, alles andere als souverän, wie diese Szenen zeigen. Wieder Scherhack. Bob, der zu spät kommt. Befreiungsaktionen von Schalke, das kann man sagen, Abel, der nicht allzu viel zu Wege brachte. Und dann eine Möglichkeit für Drexler und Tufucci, ein guter Meter über die Latte. Wieder Drexler, der sich durchsetzt. Pardon, das war Klute Simon und Drexler mit diesem Kopfball. Dann Erich Klaas in der 84. Minute. Er war hereingekommen für Wagner mit diesem Eckball-Mähn. Dietz bekommt den Ball nicht weg. Die Mainzer bleiben noch im Angriff. Wieder mit Scherhack. Der ein großes Spiel macht, ein von Dietz abgefälschter Ball. Niku ist noch dabei. Und dann ist Klaasen zur Stelle, der das Leder noch über die Linie spitzelt. 2 zu 2. Wer hätte das geglaubt? In der 84. Minute. Jubel natürlich auf der Bank der Mainzer und auf den Tribünen. Das hieß natürlich Verlängerung. Und in dieser Verlängerung sind wir bereits. Auch bei Mainz jetzt ein Wechsel. Reichert hier am Ball war gekommen. Und diese Situation. Eine unglückliche Aktion von Stichler, der den Ball ins eigene Netz befördert. 3 zu 2. Die Sensation schien sich anzubauen. Zumal die Mainzer auch weiterhin Chancen hatten. Klaasen, der Schütze, ist 2 zu 2. Doch hier scheitert er an Schipper und Keller, der Außenverteidiger, ein schneller, ein bissiger Mann vergibt. Wieder wurden die Seiten gewechselt. Schalke machte jetzt Druck. Die Mainzer mit den Kräften doch etwas mehr am Ende. Suchten ja Heil. So ist Irgendging im Kontern. Das sah zum Teil doch etwas glücklich aus, aber dem Tüchtigen gebührt auch dieses Glück und eine Möglichkeit für Mähne. Ein Schipper vorbei, aber Dietz ist Endstation für den Mainzer Flügelstern. Eckstoß, Tüffitschi, die 106. Spielminute und dann vollzieht sich auf der Gegenseite das Gleiche wie zuvor. Eigentor, Libero Orff ist es 3 zu 3. Das brach den Mainzern moralisch ein bisschen das Genick. Jubel bei den zahlreichen Fans aus Gelsenkirchen. 3 zu 3 und jetzt treten die Profis noch einmal auf. Jansson, der früher bei Worms spielte, hier schön freigespielt und das 4 zu 3. Damit war die Entscheidung eigentlich schon gefallen. Eindeutig die Kommentare von Trainer Herbert Dörenberg, der früher mit Rüsselsheim in der Bundesliga spielte. Aber es sollte noch Ärger kommen für die Mainzer. Büker ebenfalls in der Verlängerung ins Spiel genommen. Und ein Schuss, ein schöner Schuss von Schipper, völlig ohne Reaktion, Torhüter Petz. Ein Fehler, der sicherlich auf die gebrochene Moral zurückzuführen ist. Genau wie dieser Abwurf direkt in die Beine von Geier, der spielt zu dem Mann mit der 13, zu Jansson. Und Tüffecci zum 6 zu 3. Ein Spielstand in dieser Deutlichkeit war das während der vorangegangenen über 100 Minuten kaum zu erwarten gewesen. Für die Mainzer noch einmal eine schöne Chance, ein Blattenschuss, aber insgesamt waren sie jetzt am Ende. Freude bei Schalke. Ein großer Fußballtag in Neuen.